Es ist soweit Winterzeit, Weihnachtszeit und Rewefeine Welt hat hier ein weiteres, hoffentlich wunderbares Dessert auf den Markt gebracht, beziehungsweise in den Supermarkt. Und zwar die Marzipan-Mousse, die so gerne in einem echten Glas drin ist, kann man nachher benutzen, um rauszutrinken. Eine Marzipan-Mousse, verfeinert mit Zartbitterschokolade auf einem Biskuitboden. Klingt sehr exklusiv, hat gekostet ungefähr 1,80, 1,90. Schicht Dessert aus Marzipan-Mousse, 67%, Schokolade, Schokolade, mein Gott, schokoladenhaltigem Überzug. Soße mit Mandelgeschmack und Biskuit und geschützt geografische Angabe. Ach so, weil sogar echtes Lübecker Marzipan drin ist, also echtes Marzipan, kein Persipan oder irgendein Bullshit. Und kurioserweise hergestellt in Italien. Egal, schauen wir drauf. Ja, das ist das gute Stück. Ihr dürft ihr gerne nochmal ausführlicher drauf schauen. Wichtig ist, dass wir Marzipan hier haben, 6,7%, 19% Schlagsahne. Mandeln hier, und hier hat man das auch mit der geschützten Ursprungsbezeichnung, weil eben Lübecker Marzipan drin ist. Das ist natürlich ein Qualitätsurteil. Ich wundere mich ja nur, dass das dann hergestellt ist in Italien, vielleicht als Auftragsarbeit in Italien. Weil warum sollen die Italiener Lübecker Marzipan? Ach, wobei, vielleicht mögen die Italiener ja auch Lübecker Marzipan. Marzipan. Man weiß es nicht genau. 247 Kilokalorien, 10,5 Gramm Fett, 30 Gramm Kohlenhydrate bei 22 Gramm Zucker. Davon also und 5,0 Gramm Eiweiß. Kommt wahrscheinlich hier von dem Magermilchpulver zum Beispiel. Man hat natürlich auch verschiedene Sachen drin, wie ein Ethylalkohol. Ja, also es ist Alkohol enthalten. Wir haben Kokosöl, wir haben Zitosfasern, Kakaobutter und so weiter, Verdixmittel, Xanthan und so weiter. Hier Alkohol, 1,3 Prozent. Das ist nicht wenig. Dunkle Schokolade, 0,3 Prozent. Also, ja, da schauen wir jetzt mal rein. Ich finde die wirklich immer sehr schön gemacht, diese Rewefeine-Welt-Sachen. Hier das Glas, oben der Deckel. Und so sieht es von oben aus. Sieht gut aus. Von der Seite hier die Muße und unten dann dieser Biskuitboden, der hier so nicht ganz jetzt richtig überschichtet ist. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Oh, ach, da war ich. Ich dachte, das wäre so knackig. Wäre irgendwie noch ein bisschen geiler gewesen. Andererseits, wenn es knackig ist, hätte man vielleicht die ganze Muße zusammengedrückt. Also, das hier ist eher so eine Schokocreme obendrauf. Ja, hier seht ihr auch, wie luftig das ist. Das ist wirklich ganz fein gemacht. Und dann obendrauf eben diese Schokocreme. Zum Wohl. Man riecht tatsächlich den Alkohol. Ansonsten riecht es hauptsächlich schokoladig. Und es riecht kalt irgendwie. Holla, die Waldfee. Also, gerade diese Schokocreme oben ist sehr reichhaltig, cremig, vollmundig. Wieso auch nicht so viel, dass es eklig wird. Jetzt probiere ich mal nur die Muße, die wirklich recht locker ist. Ein ganz, ganz, ganz toller Marzipangeschmack. Es sind aber auch natürliche Aromen drin. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Oh, eine Erinnerung für mich. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob es von den 6... Ja, ob es von den 6,7% Marzipan kommt. Sehr wahrscheinlich nicht, sondern vom Aroma. Jetzt nehme ich hier mal den Boden. Jetzt ist es richtig schön knatschig. Sehr lecker. Sehr lecker. Diese Marzipanmus, die hält, was sie verspricht. Es schmeckt super marzipanig. Lecker. Wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, das kann man so auffreschen. Ein sehr leckeres Dessert. Ich glaube, das Bild suggeriert so ein bisschen, dass es knackige Schokolade ist. Das ist es nicht. Aber ich finde diese Schokocreme trotzdem lecker. Ein sehr gutes, reichhaltiges Dessert. Und von daher bekommt es von mir eine Empfehlung. Gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, macht euch keine Arbeit. Stellt es einfach so auf den Tisch zu Weihnachten. Sagt, hier ist dein Dessert. Guten Appetit. Ich glaube, das kommt schon wirklich sehr nah an etwas ran, was man selber machen hat. Vielleicht nicht so viele Zusätze, aber das sieht optisch schön aus. So ein bisschen sieht nicht ganz so nach Fabrik aus. Ich finde es ganz toll. Von daher, ja. Dann sind wir auch schon wieder durch. Herzlichen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.